Husti! Ja, warum nicht? Husti mit seinem zweiten Tor. Unglaublich. 68. Minute, Kollegen werden sicher jetzt mal auf die Stopp otten. Ich leg mir einen neuen Zettel an, weil wir haben ja noch ein bisschen zu spielen. 86 Sekunden genau, Husti vorhin flach. Im Strafraum kann der auch so entspannt zum Schuss kommen. Irre.